Peace Leute. Teil 3. 2 Minuten Power Self-Defense Basic Technik Training. Was ihr braucht? Box Timer, 4 Runden, 30 Sekunden. Wir machen jetzt 10 Sekunden Pausenintervalle und damit haben wir schon die Grundlage. Dummy geht auch in die Luft, ein Boxsack, whatever. Wir fangen an. Die erste Runde besteht aus dem Amstleid geschlagen, abhauen und immer den Impuls zum Abhauen trainieren. Das heißt, ich versuche wegzugehen. Runde 2 wäre, der Schlagwille kommt, ich gehe in den Kaffer und in den Mann rein und weg. Runde 3, geschlagen, jetzt in den Mann und weg. Also Runde 4, hin, greift nach dem Messer, in den Deckung, zack, und flucht. Alright. 30 Sekunden lang. Box Timer ist gestellt. Wir legen los. Denk dran, komm mal, versuchen. Flucht. Flucht. Und runde 2. Und runde 2. ohne drei ohne vier wagen ist netter Oh, 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 oh. So, das war's für heute. Zwei Minuten Basic Self-Defense Technik, kurz und knackig. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns gut. Peace, pain and sweat. Bis bald.